Was geht, was geht, was geht ab auf meine OG-Fan-Community? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Freunde, heute mal wieder einen anderen Anfang oder eine andere Begrüßung, wie sonst immer. Oder dachtet ihr, ich sage, was geht, was geht, was geht ab, ihr gehalten Job-Fan-Summit? Mal willkommen in einem Job-Video auf YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn ihr das gedacht habt, haut einen Kommentar rein. Aber wie jeden Tag, oder wie fast jeden Tag, sorry, dass ich manchmal kein Video hochladen kann. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall schauen wir uns wie jeden Tag den neuen Fortnite-Shop an, davor. Warum muss ich das Wort noch sagen? Schaut einfach mal in die Beschreibung rein, Social Medien und Vibag sind dort verlinkt. Dann haben wir hier, setz dich doch für 200, dann muss ich auch mal deine No-Skin sich hinsetzen. Und die kompletten No-Skins sind immer noch in Schop, das heißt, ihr habt immer noch die Möglichkeit, eins in diesen Skin zu kaufen oder das Paket. Dann haben wir hier, unendlicher Depp für 500 Deber, habe ich mir gekauft, weil es dem Play mal 14 Stunden unendlich ein Depp gemacht hat. Und, ja, dann kommen wir zum Headbanger. Dann kommen wir zum Boxenstopp. Es gibt ja jetzt mehrere Varianten von dem, dann haben wir hier den Skin. Und die Lackierung ist auch selten, ähm, ich glaube, 166 Tage oder so war das. Auf jeden Fall ist diese Lackierung hier mega selten. Keine Ahnung, warum das jetzt so verpackt ist bei mir, ähm, wenn ich mir das so anschauen möchte, ich weiß nicht, ob das jetzt verpackt ist oder ob das immer neu ist. Dann kommen wir zum neuen Emote. Das sind zwei neue Emotes, aber mit zweimal derselben Musik. Ich kann euch euch gerne mal kurz abspielen. Hä? Kann nicht. Das ist auf jeden Fall ein TikTok-Mode. Ihr merkt, das ist zweimal dieselbe Musik. Ja, dann kommen wir hier zu dem Skin, hat auch 9, die ihr damals bekommen bei einem Update. Ja, sonst, dann noch die Spitze von dem. Dann kommen wir schon zu dem Skin, den ich mir gekauft habe, weil der, sag ich mal, mir, bigger dünnig, sag ich mal. Und ich feiert auch alle weiblichen Skins. Deswegen, ja, habe ich mir den mal gekauft. Dann noch die männliche Variante dazu. Nächste Mal ein Geschmack, dann haben wir hier dieses Set. Zeige ich euch mal kurz, weil ich kriege von einem Geräusch, ich habe mal Kopfschmerzen. Und dann hänge ich Kleider. Dann hätte ich gesagt, was da schon mit dem Shop-Video für heute. Uh, lasst gerne mal eine Bewertung da. Ein kostenloses Abo wäre echt cool. Also, wenn ihr auf mein Kanal neu seid, könnt ihr gerne mich kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um nie wieder was zu verpassen. Und wenn ihr sagt, mir gefällt das Video, dann gebt dem Video noch einen Daumen hoch. Wenn ihr die Glocke aktiviert, bitte auf alle Benachrichtigungen. Dann verpasst ihr nie wieder, wenn ich live bin oder wann ich wieder ein Video mache. Und außerdem, Super Dark Creator, ich seh das, wenn wir jetzt da rausgeflogen, könnt ihr gerne diesen Super Dark Creator Code eingeben. Und dann ist ganz easy, einfach Siki eingeben. Dann seht ihr, dass er hier oben steht. Könnt ihr es gerne machen. Hier seht ihr nochmal eingeblendet. So wie du siehst, und tschüss, so wie du siehst. T месяuse kamu自 Silicke! Tächere! Tächere!